Heute stelle ich dir die AA-Methode vor, was für mich bisher die kompletteste Lernstrategie ist, mit der du vielleicht sogar über drei Tage hinweg, nur auf jeden Fall so ist, klieder ich sie erstmal auf, 15 Punkte in jeder Klausur schaffen kannst, aber das hängt natürlich von dir, deinem Skill, dem jeweiligen Fach und dem Stoffvolumen ab. Mit der AA-Methode, die ich euch jetzt vorstellen werde, lerne ich auch für meine Psychologie-Studiumsprüfungen und ich will nicht sagen, dass sie perfekt ist, absolut nicht. Für mich ist das eine Arbeit, die im Prozess ist. Das heißt, wenn du sagst, ey, das könnte man so machen, das könnte man noch so machen, schreib es mir bitte in den Kommentaren, weil ich diese AA-Methode wirklich so zur komplettesten Lernstrategie, ja, Lernstrategie machen will, weil es gibt ganz viele Lernmethoden, es gibt ein paar Lernhacks, gibt so ein paar Merkhilfen, Eselsbrücken und so weiter, aber das sind alles nur einzelne Tools und ich will irgendwie das alles zusammen integrieren, dass man eine Sache hat, wo man weiß, okay, so zu lernen ist eigentlich strategisch am effizientesten. Deswegen, lass uns direkt rein starten. Am ersten Tag würde ich mir erstmal bewusst machen, okay, was ist überhaupt mein Ziel? Weil da ist schon der erste Fehler, die meisten Leute fangen immer beim Stoff an. Ich hab so viel Stoff und dann lernen sie, lernen sie, lernen sie, lernen sie, lernen sie und dann kommt die Hälfte in der Prüfung gar nicht dran. Deswegen würde ich als allererstes, egal ob es ein Test, eine Ex, eine Klausur, sonst was ist, erstmal identifizieren, was sind denn die Sachen, die prüfungsrelevant sind. Weil andere Sachen kannst du zwar gerne lernen fürs Wissen, aber für die Prüfung bedeutet es nichts. Deswegen, schau dir mich an, okay, was ist prüfungsrelevant und sammle all diese Sachen, damit du dann nicht den ganzen Stoff hast, den du lernen könntest, sondern nur den Stoff hast, den du lernen musst. Weil wenn du den kompakt hast, in welchem Fall werdet ihr das in der Oberstufe am meisten haben? Ich denke mal einfach in Hefteinträgen und Zettel. Ich würde sagen, die Kombination ist eigentlich so das häufigste, dass du einfach so, dass du 6, 7, 8, 9 Seiten Hefteintrag und dann hast du noch 3, 4 Zettel dazu. Das heißt, das ist im Prinzip das Material, da streichst du dir an, was du prüfungstechnisch wirklich brauchst. Das andere nicht wegstreichen, aber halt so, dass du merkst, okay, da ist ein Unterschied. Dann, als allererster Schritt sammelst du das eben. Im zweiten Schritt dann machst du aus diesen Materialien, die du eben zusammengesammelt hast, machst du dir eine erste Zusammenfassung. Achtung, erste Zusammenfassung, nicht die Zusammenfassung, sondern die erste Zusammenfassung. Und in dieser Zusammenfassung ist es wichtig, dass du den ganzen Stoff, so wie du bekommst, möglichst in deiner eigenen Art und Weise aufschreibst. Ich beispielsweise, und die allermeisten sind wirklich visuelle Lerner, das bedeutet, versuchst dir aufzuzeichnen. Natürlich sollst du auch vieles ausschreiben, aber versucht dir vieles zu zeichnen, Verbindungen und so weiter. Und da machst du es nicht allgemein, sondern einfach bei jedem Element so, dass du es so kompakt wie möglich aufschreibst, wie es dein Verständnis erlaubt. Was meine ich damit? Wenn da irgendeine, erst mal schon eine Textpassage, und da ist einfach nur, keine Ahnung, irgendeine chemische Reaktion beschrieben, und dann wird da im Text, so über so eine ganze Textpassage erklärt, was in dieser chemischen Reaktion passiert. Wenn du diese chemische Reaktion wirklich schon extrem gut verstehst, dann kannst du es meistens einfach nur in ein paar Zeichen mit ein paar Molekülen, dann da verliert das vielleicht Energie, dann passiert das, und dann bleiben da noch die Endprodukte übrig, dann kannst du meistens sehr einfach schon aufzeichnen. Du musst es extrem wenig, aber wenn du draufstehst, weil du es wirklich, das ist halt das Wichtige, wirklich schon verstehst, dann kannst du vorlegen, ah ja, das ist die Reaktion, da passiert, bla bla bla. Wenn du es noch fast gar nicht verstehst, dann schreib es aus. Also wirklich, wenn du im absoluten Worst Case sagst, ich kann das zwar lesen, aber ich raffe nicht, wie es darum geht, dann schreib es erst mal nur ab. Deswegen lass dich da nicht aufhalten, wenn du beispielsweise irgendeine Stelle drin hast, die du nicht ganz raffst. Schreib dir einfach nur auf. Und dann hast du nämlich am Ende eine Zusammenfassung, die absolut nicht perfekt ist, aber sie spiegelt möglichst kompakt deinen Wissenstand wider. Das heißt, du hast nirgendwo im Prinzip überflüssige Informationen, die du eigentlich auch durch nur ein Hauptwort wissen willst. Beispielsweise, keine Ahnung, wenn du alles weißt, was beim 30-jährigen Krieg passiert ist, dann kannst du einfach sagen, okay, Timeline oder so, okay, hier ist der 30-jährigen Krieg passiert und du verknüpfst alle Geschehnisse hast du automatisch schon am Kopf. Dann musst du dir nicht mehr aufschreiben, weil du schon hast. Genau, das machst du sozusagen als erste Zusammenfassung. Die will ich dann, nachdem du sie erstellt hast, direkt auch wiederholen, dass du sie einfach nochmal drin hast. Dann, noch am allerersten Tag ist dann die letzten Sachen, die du am ersten Tag machen solltest. Nimmst du dir dein Handy, downloadst du einfach eine App, mit der du Sachen später einfach aufnehmen kannst und später dann wieder abspielen kannst. Nimmst du einfach den Stoff, so wie du, ganz wichtig, so wie du ihn selbst gerade aufgeschrieben hast und so sprichst du ihn laut auf. Das heißt, du erklärst dir selbst, so, so, so. Weil das Gute daran ist, es ist in deiner Denkweise und nicht in der deines Lehrers. Wenn du das dann aufgesprochen hast, hörst dir das einfach 24-7 an. Ja, nebenbei, beim Fahrradfahren, beim Abspülen, falls du es heim machen musst, musste ich zum Glück nicht. Beim Rasenman, das musste ich immer machen. Allem Möglichen, ja. Hör es einfach so viel wie möglich, damit du einfach so diese auswendigen Sachen einfach automatisiert an dieses Hören hast. Dann am zweiten Tag würde ich dir empfehlen, dass du das ganze in der Früh erst nochmal wiederholst. Gleichzeitig dazu vielleicht am gestrigen Abend bei einem Spaziergang, am Morgenspaziergang schon die ganze Zeit weiterhören. Also das ist super wichtig, aber dann am Morgen oder als allererstes, wenn du mit der Lernsession beginnst, dass du dann wirklich nochmal das durchliest, was du am Vorabend aufgeschrieben hast. Dann, wenn du das hast, würde ich nochmal eine kompaktere Zusammenfassung schreiben. Das heißt, du schreibst eine zweite Zusammenfassung. Weil, du wirst, dadurch, dass du es zum ersten Mal aufgeschrieben hast, zum ersten Mal in deinem Kopf auch verarbeitet hast, wirst du ganz viele Dinge viel mehr verstanden haben. Du wirst es nochmal wiederholt haben, du wirst es gehört haben. Du wirst auf einem wesentlich weiteren Punkt sein. Das heißt, du kannst deine erste Zusammenfassung nochmal wesentlich kompakter schreiben. Weil, was nämlich passiert, wenn du eine Zusammenfassung schreibst, ist wirklich auch nicht nur das so ausgeschrieben zusammenschreibst, wie es der Lehrer vorgegeben hat, sondern wirklich auch versuchen, mit eigenen Symbolen, mit eigenen Mustern, das möglichst, 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 mit im Prinzip möglichst wenig Tinte, aufzuschreiben, dann musst du es verarbeiten. Du musst es wirklich verstanden haben, um das umstrukturieren zu können. Weil, in der gleichen Struktur zu bleiben, ist es total einfach. Und dann musst du es auswählen, lernst du es tausendmal, kannst du in der Klausur trotzdem nicht abrufen. Wenn es aber wirklich in deinem Kopf verarbeitet ist, in der Psychologie ist es so, dass je stärker, es gibt die Theorie der Verarbeitungstiefe, je mehr wir eine Sache verarbeiten, desto länger und sicherer ist sie abgespeichert. Deswegen machen wir die ganze Zeit eine Zusammenfassung und dann nochmal eine neue, um das wirklich möglichst tief zu verarbeiten. Wenn du das dann gemacht hast, du hast quasi eine neue Zusammenfassung, wenn du Pausen dazwischen machst, ist es auch sinnvoll, du lässt einfach immer die erste Zusammenfassung laufen, weil die versorgt dich dann auch nach, wenn du die zweite Zusammenfassung hast, dann nur noch mit der lernst, versorgt die dich einfach noch mit mehr Details, die du vielleicht jetzt weggelassen hast, die dann auch sichern, dass du in der zweiten Zusammenfassung nicht Sachen zu stark zusammengefasst hast, die du dann vergessen würdest, sondern die werden ja in der ersten, in deiner Audio im Prinzip die ganze Zeit wiederholt, heißt, da bist du auch auf der sicheren Seite. Die zweite Zusammenfassung würde ich dann direkt wiederholen und dann eine Pause machen. Ich würde auch allgemein sagen, mach eine Pause zwischen den einzelnen Schritten, nicht mehr innerhalb der einzelnen Schritte, aber zwischen den einzelnen Schritten, wenn du sie brauchst. Wiederhol das aber dann auf jeden Fall, mach eine Pause und dann ein entscheidender Punkt, lass dich abfragen, mach Übungsaufgaben, rechne damit, je nachdem welches Fach, wenn es an, wenn es in Deutsch eine Einleitung ist, egal was, du musst die Information abrufen. Das ist einer der Lernschritte, den die meisten nicht nur unterschätzen, sondern gar nicht beachten. Es gab eine Studie, das habe ich letztens auch in meinen Vorlesungen gelernt, da wurden Studenten, die sollten sich, glaube ich, einfach nur einen Text nennen, einfach nur einen Text lesen und die einen Studenten, die eine Gruppe, sollten diesen Text viermal lesen. Ja, du liest ihn einmal, du liest ihn nochmal, du liest ihn nochmal, du liest ihn nochmal. Die anderen Studenten durften den Text nur ein einziges Mal lesen und wurden anstatt der drei weiteren Wiederholungen des Textes wurden sie abgefragt. Stell dir vor, du liest den Text nur einmal und dann wirst du dreimal danach zu den Informationen gefragt. Die konnten natürlich nicht alles beantworten, natürlich einige Sachen schon, das war jetzt nicht der allerschwierigste Text, so, aber dann wurden die Gedächtnisinhalte der beiden Gruppen miteinander verglichen. Fünf Minuten nach diesem Test haben diejenigen, die das viermal wiederholt haben, besser abgeschnitten, als diejenigen, die es einmal gelesen haben und dann dreimal die Informationen abrufen mussten. Würde nur sagen, okay, was ist das Besondere daran? Das krasse ist, eine Woche später, da hat niemand sich meinen Text angeschaut oder wurde dazu gefragt. Eine Woche später haben die Gruppe, die es dreimal abrufen musste, 50% besser im Kopf gehabt, als die Person, die es nur immer wieder wiederholt haben. Und das liegt wieder an der Theorie der Verarbeitungstiefe. Wenn du was abrufen musst, dann musst du dir wirklich überlegen, okay, was war da nochmal, was war da nochmal? Ihr merkt das ja, du fängst an zu stehen, weil du wirklich nachdenkst, nicht nur, ah ja, den Text fängt schon, ja, 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 ja. Deswegen, jetzt am zweiten Tag unbedingt einbauen, dass du dir Informationen auch abrufen musst. Nicht nur strukturell gut einordnen und auch selbst so verarbeiten, sondern wirklich auch den anderen Weg in deinem Kopf stimulieren und wie gesagt, durch Lernpartner, durch Buch, was auch immer, aber das ganze Schein, dass du das machst. Wenn das machst, gemacht hast, vielleicht nochmal eine Pause und dann am Abend nochmal wiederholen. Das ist vor allem dazu da, dass du einfach alle Informationen komplett hast und nicht beispielsweise, wenn das Abrufen gar nicht so gut funktioniert hat, dass du dann gefrustet irgendwie schlafen gehst. Deswegen, wir holen es am Abend nochmal, dass du sagst, okay, ich habe wirklich alles drauf. Und die andere Audio-Datei, wie gesagt, die lässt du einfach konstant durchlaufen. Nicht während dem Lernen, aber eben bei allen Zwischenaktivitäten. Am dritten Tag würde ich als allererste Sache von deiner Lernsession die Sachen genau aus eben genannten Grund abfragen. Wieder mit Lernpartner, Buch, whatever. Aber, mach das unbedingt, bevor du dir die Sachen angeschaut hast, weil es wird nochmal wesentlich schwieriger sein, die ganze Information abzurufen. Weil, was man in einer folgenden Studie auch herausgefunden hat, dass dieses Abrufen der Information besonders dann zur Informationsspeicherung beiträgt, wenn der Abruf möglichst schwierig ist. Weil wenn du beispielsweise einen Text hast, wo das übelst einleuchtend ist und dann frag dich immer was und du sagst es einfach nur, dann ist es ja fast so, als würdest du es einfach nur wiederholen. Wenn du aber da wirklich wieder drüber nachdenken musst, noch tiefer, okay, 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 dann schaffst du es eben, dass du noch stärker weichernst. bevor du irgendwas machst, abrufen, dann, danach, beispielsweise mit Pause dazwischen, nochmal wiederholen. Das komplette Ding, dass du da auch wieder Sicherheit hast. Weil, was wir dann im dritten Schritt, am dritten Tag machen werden, ist, mit dem Stoff zu arbeiten. Das bedeutet, wenn du Freunde hast, die genau das gleiche lernen, tausch dich mit ihnen aus, sprech darüber, schau dir vielleicht auch auf YouTube auch Videos darüber an, beispielsweise in Biologie oder ich auch aktuell in meinem Psychologiestudium. Ich finde das, ich lerne gerade ganz viel über, wie Neuronen funktionieren. Und du lernst ja immer so an Modellen und schreibst Sachen auf, wenn du das mal am Bildschirm siehst, wie Neuronen im Hirn aussehen, Alter, es sieht ja so geil aus. Und während du das siehst, so ein ganz, ganz schwarz-weiß, wie fast so ein Fernseher in ganz alten Jahren so flimmert, aber du verstehst, ich glaube, das sind die Dentriden. Ich glaube, das ist das Axon. Ich glaube, das ist das Soma. Das heißt, du fängst auf einmal an, diesen Stoff, den du dir angeeignet hast, auf andere Sachen zu transferieren. Das bedeutet, dadurch, dass du so viel damit arbeitest, beispielsweise auch in Deutsch, wenn du die Einleitung schreibst oder in Mathe, wenn du anfängst, wirklich damit zu rechnen, mit den Verfahren, die du dir angeeignet hast, dann machst du auf einmal den Stoff zu einer Grundvoraussetzung. Das bedeutet, es geht nicht mehr darum, oh, ich muss diesen Stoff können, sondern nein, den Stoff kann ich schon, ich arbeite jetzt damit. Das heißt, du forderst dich auf die nächste Ebene. Weil was dann passiert ist, dass du die Sachen wirklich verstehst und sie dir nicht mehr merken musst. Und dann hast du auch keine Angst mehr vor Blackouts, weil wenn du es verstanden hast, wirklich in dich selbst im Prinzip integriert hast und nicht mehr dir versuchst es zu merken, dann kannst du auch keinen Aussetzer mehr haben, weil du wirst nie morgens aufstehen und einen Aussetzer haben und vergessen zu laufen. Wisst ihr, was ich meine? Fakten können aber immer schnell passieren. Und wenn du das alles dann gemacht hast, würde ich dir am letzten Tag, angenommen der dritte Tag, ist wirklich dein letzter Tag, würde ich dir empfehlen, nimm nochmal deine Zusammenfassung und kannst dir theoretisch auch am dritten Tag nochmal eine Zusammenfassung machen, wenn du möchtest, wenn du wirklich viel Stoff hast, du merkst, okay, ich habe jetzt nochmal so viel dazugelernt, es macht wirklich nochmal Sinn, wegen zwei, drei Details möchte ich nicht noch mal eine neue Zusammenfassung schreiben. Aber egal was du hast, am Ende des Tages vor deiner Prüfung würde ich immer mir nochmal alles drüber gehen und damit meine ich gar nicht mehr lernen, auch nicht mal wiederholen, so will ich einfach nur, okay, das ist ein Thema, kann ich, kann ich, kann ich, okay, kann ich, kann ich, kann ich, das heißt, geht gar nicht mehr wirklich um das Lernen, einfach nur, dass du nochmal alles visuell im Kopf hast, woraus der ganze Stoff aufgebaut ist, vor allem auch, wenn du dir sehr viel gezeichnet hast, kannst du die ganzen Sachen mit deinen neu verknüpften Informationen auch nochmal viel besser einprägen, hast einfach auch in der Prüfung dann dieses Bild von dir selbst vor Augen, wo du heißt, ah ja, das war da, das war da, das war da und dann hast du einfach ein gutes Gefühl, weil daran schalten dann nochmal viele, viele haben eine geile Lernstrategie und dann kommt der Prüfungstag, fühlt sich kacke und dann haut sich hin, deswegen hol dir dann nochmal Selbstvertrauen, damit du wirklich durchstatten kannst. Ich habe heute als Zeitspanne die drei Tage in die Welt, weil ich glaube, dass das aktuell als Vorbereitungszeit schon realistisch ist, für die Echsen, die jetzt meistens bei euch auch eher ein, zwei Wochen sein, dann weitest du eben das Ganze aus. Es geht einfach darum, dass du den Abruf möglichst viel reinbekommst, dass du selbst zusammenfasst und dass du aktiv mit dem Stoff arbeitest und gleichzeitig dazu immer auch das Ganze hörst, damit du wirklich konstant im Prinzip in diesem Stoff schwimmst und wenn du die vier Komponenten, die ich jetzt so spontan mal aufzählen würde, kombinierst und auch sinnvoll in eine Reihenfolge bringst, dann glaube ich, dass man sehr, sehr gut lernen kann. Aber wie gesagt, ich will diese Lernmethode, diese AA-Methode, also die Abiturathleten-Lernstrategie, will ich einfach noch viel besser verfallen. Deswegen, wenn ihr noch weitere Ideen habt oder Sachen kennt, wo ihr sagt, ey, das muss man unbedingt machen, schreibt es in die Kommentare zu fächerspezifischen Lernmethoden. Werde ich auch Videos machen, weil ich das unglaublich wichtig finde, weil du kannst nicht einfach für Mathe, Deutsch, Englisch, Bier und so weiter gleichzeitig lernen, aber das ist jetzt eben eine sehr gute Struktur dafür. Deswegen haut mit den Sachen in die Kommentare. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. 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 Dein Leo.